und heute schauen wir mal bei book of rafixer 3 feuerfrei hälfte haben wir schon wieder versenkt und sind sie mit ihr wohl geil mal los zeig mal was es gibt ja 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 auch wenn da nicht noch vollbild kommt und vier zum schluss 62 und ist das ja nicht doch junge 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 aus der runde hinterher gut ich würde sagen wir wechseln jetzt spiel doch mal eine runde so dann drehen wir doch hier mal ein paar runden black hole feuerfrei 1 euro einsatz dann machen wir zwar die türmchen schön voll hier da ist doch nicht zum mopsen ja 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 Okay, die haut da schon mal weg. Jetzt könnte er mal langsam ein bisschen aus hier raus kommen, ja. Jetzt werden wollen wir mehr nehmen. Jetzt wird schon ein bisschen bunter, es war langsam und da macht er sich auch wieder kaputt. Die ersten 360. 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 Jetzt könnten langsam ein paar sofort hier wieder gucken. Aber eigentlich müssen wir es mal versuchen. Jawohl. Abschweigen ja. Alter. Zumindest eine 140. Jetzt nehmen wir zu. Jetzt passiert ja doch noch ein Tier. Bis die alle Schlonze wieder kommt. Und da ist er. Gut, naja. Bisschen mehr ist es ja geworden. Einwandfrei. Und holen wir mal die kleine und moody white Power Spins. Oh, nett. Abschweigen. Wollen wir mal. Das war Glück haben wir mal da so. Ja, doch mit bisschen Höher raus. Oh ja. Oh, 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 oh. Sehr schön. Okay. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Okay. Wollen. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Okay. Wollen wir mal lächeln? Wollen wir mal? Ja, das war ein Tier. Los, ein bisschen was Höheres muss hier kommen. 90 sind wir schon wieder. Genau was kommen. Verbrecher. Versuch war wert. Weniger geworden. Wir nehmen die 90. Und heute eine Runde Extrawald. Los geht's. Die ersten Zwölfer. Ja. Die ersten Zwölfer. Okay. Okay. Boah. Er bleibt doch noch zu. Oh. Okay. Man hat der Kasten schon einen Stock im Hinterkopf. das ist ja schon wieder überhaupt nicht nett hier ja na warte weiter jetzt kommt er hier mit die fetten gewinne und heute hauen wir mal eine runde extra hot raus 2 euro einsatz wir hätten ja sowas da hoch und eine schöne mal fünf ja heute fahren wir kleiner mit dem mal drei das klingt so gut an das war ja fast ein blatter durchläufer ja 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 Nieten kannst du stecken lassen. Los, lass uns noch mal eine Leiter. Das sieht aber ja nicht so verkehrt aus. Auch nicht. Das ist aber genug. Mal. Ja, nein, wieder bei der 100. Es ist ja nicht so fast. Die hätten wir uns aber mehr als verdient. Mann! Die kriegen ja schon mal ein Blutdruck. Will die haben. Da regt doch schon ein Bedient hier. Sauhütte. Da könnte man. Alter. Was wir jetzt hier schon verklemmert haben auf der Leiter. Die blöden 160. Du. Boah. Zu viel ist zu viel. So. Jetzt war wirklich eine Pause. Alter. So war es aber auch. Und wir gucken mal hier rein. Jokers Camp Power Spins. So. Eröffnung mit einer Kappe. Naja. Jut. Zwei Stück. DAS War nicht toll, da war es nur einer. Das war's. Oh, das ist eine schöne Ladeung, wollen wir haben. Malo, ich doch am Paar hier. Könnte ja wenigstens so tun als ob. Oh, das ist eine schöne Ladeung. Oh, das ist eine schöne Ladeung. Oh, das ist eine schöne Ladeung. Na, das war ja auch wieder ein richtiges Minusgeschäft hier. Junge, Junge, Junge. Na gut, ich hab dich doch gesehen. Spielwechsel. So, dann wollen wir doch heute mal hier wieder eine Runde drehen. Mal schauen, was ihr habt. Oha. 36 ist ja eigentlich ein Versuch für eine Karte wert. Ah, nee, nee, ma. Ah, nee, 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 nee. Und los, Stückchen höher. Ich mag er noch nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Und los, Stückchen höher. Ich mag ihn nicht. Okay, okay. Meine Herren, ich habe ja auch nicht mit einer Leiter hier. Einmal nach oben. Die brauche ich jetzt. Ist er auch gelöst. Jetzt könnt ihr langsam mal vorbeischauen. Oh, ja. Oh, ja. Komm nicht. Jetzt steigen alle gleichmäßig. Ach, das war schon mal. Nein. Das hat es aber voll vergessen hier. Ah, na toll. Mal eins. Ja. Dein Ernst? Ganz prima. Mal eins. 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 Ja, die Mafia setzt dazu weg. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Na, das wird wohl nichts mehr eben hier. Junge, geht nicht mal auf 20, wird aus. Und Renu, okay, nicht die vier. Tja, das war einmal nichts für die Katz. So, dann probieren wir mal hier unser Glück. Feuer frei. Das wollen wir nicht. Wir brauchen das goldene Zeug. Das ist eine dreifache Ausführung. Eine. Oh. Doch, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. Nächster Versuch. Oh, der zweite. Na, haben wir Glück? Na, da sind grüne Hemden da. Mann, du. So, ja. Hör doch auf. Boah. So, und eigentlich reicht mir jetzt schon wieder hier. Spielwechsel. So, wir haben mal eine Runde Disco Fieber. Los geht's. Zwei Uhr Einsatz. Oh, das ist eine schöne Ladung Action Games. Was? Hallo? Echt jetzt? Na, das ist doch wieder eindeutig hier. Für einen hohen Zahn. Nistkasten. So, dann schauen wir mal wieder hier rein. Zwei Euro Einsatz. Los. Make it go. Make it go. Make it go. Na, ob das der große Wurf wird hier. Hm. Nicht wirklich. Na, super. Super. So, dann dürfen wir hier mal ein bisschen was drehen. Dann machen wir das mal. Ja. Acht Freispieler. Ja. 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 Acht Freispieler. Ja. Na, super. wei Oh, 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 oh. Jo, das hat überhaupt nicht geschafft. Schade. Und heute mal eine Runde Team-Action. Feuer frei. Das schafft er mal wieder überhaupt nicht. Aber da ist eine richtige Glanzleistung hier. Junge, 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 junge. Und eine kleine Runde Mutti-Fruits. Feuer frei. Ach, was soll man da mit den Mieten an der Ecke hier? Ja. 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 Oha! Mal sehen wir mal was. Nischt sagt er hier, aber auch nukleianisch, kurze Vergnügen. Und heute mal wieder ne kleine Runde und Krustik. Feuer frei. Oh, 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 hallo, das ist ein schönes Vollbild. Mehr wollen wir doch ja nicht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Schon wieder Käse. Alter Verwalter, nischt zu holen. Das ist aber frech. So, dann gibt es hier mal ne Runde. Kommt ihr auch nicht bei oben hier oder was? Das ist jetzt schon mal eine Sauerei. Aber es ist noch einer. Nein. Das hat es ja wieder voll gebracht hier. Junge, junge, nee. Das hat es ja wieder voll gebracht hier. Ich bin ein ein. Das hat es ja wieder voll gebracht. Ich bin ein. wooden. Ich bin ein. Vielen Dank.